Die Erbschaft und Schenkungssteuer mal im internationalen Vergleich, denn das machen ja immer gerne viele, vor allem in den Medien, vergessen aber da die ein oder anderen kleinen feinen Details. Und darauf möchte ich heute mal eingehen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Grundsätzlich ist es mal so, es wird ja immer gerne argumentiert, dass die Erbschaft und Schenkungssteuer ja in vielen Ländern der Welt vorhanden ist. Das ist schon mal grundsätzlich bis zu einem gewissen Punkt falsch. Denn in dem Zusammenhang ist es zum Beispiel so, dass immer mehr Länder auf der Welt ja auch die Erbschaft und Schenkungssteuer zum Beispiel abschaffen oder die Freibeträge so weit oben ansetzen, dass sie im Großen und Ganzen für den Normalsteuerzahler gar nicht relevant werden. Und da möchten wir jetzt mal drauf eingehen, vor allem auch im internationalen Vergleich, welche Länder es hier so gibt. Also das schon einmal natürlich vorab, bevor wir reinspringen. Befreiungen, Freibeträge und Steuersätze. Es gibt Länder, in denen sind der ein oder andere Teil relativ hoch, zum Beispiel Steuersätze, teilweise sehr hoch bei über 50%. Dafür aber die Freibeträge sehr hoch oder auch das Vermögen, das hier nicht mit reinfällt, auch sehr hoch. Das heißt wiederum, du musst das schon mal auch allgemein vergleichen. Wo auch die Frage ist, wie viele der Steuerpflichtigen vor Ort zahlen diesen Betrag überhaupt? Und da kommen wir am Ende zu einem spannenden Ergebnis. Doch vorerst mal, wie sieht es eigentlich mit der erbschaftsteuerlichen Institution in Europa, Asien und Amerika aus? Sprich natürlich hier in dem amerikanischen Kontinent. Grundsätzlich ist es ja so, in Deutschland ganz klar, wir haben hier von 7 bis 50% je nach Steuerklassen und natürlich auch hier, wie gesagt, der Zugehörigkeit. Wie weit bist du vom Erblasser entfernt? Österreich zum Beispiel hat sie 2008 ausgesetzt. In der Schweiz gilt sie von 0 bis 40%. Frankreich von 5 bis 45%. Spanien zum Beispiel auch von 7,65% bis 45%. Ebenso natürlich in Asien. Länder zum Beispiel Japan 10 bis 55%. Südkorea 10 bis 50%. Singapur 0 bis 40%. China 0%. Thailand 0%. Amerika zum Beispiel 18, also USA 18 bis 40%. Kanada 0%. Mexiko 25 bis 89%. Also jetzt werden natürlich viele sagen, ja super, da haben wir es doch. Mexiko macht es doch zum Beispiel schon vor. 89% an der Stelle Erbschaft und Schenkungsstör. Ja, das klingt jetzt erstmal, sag ich mal, relativ spannend. Doch fangen wir mal dazwischen an, so ein bisschen hier im asiatischen Raum, wo wir zum Beispiel Südkorea sind oder auch bei Japan. Denn entscheidend ist es nämlich schon mal so, dass in diesen Ländern es enorm darauf ankommt, was für Vermögen vorhanden ist. Denn entgegen zum Beispiel natürlich vieler Ansichten gibt es zum Beispiel im Ausland sehr hohe, ganz einfach Steuerbefreiungen für Unternehmen. Denn da ist es zum Beispiel so, dass es hier nicht nur Unternehmen als Allgemeines gibt, wie es in Deutschland auch gibt mit Regel- oder Optionsverschonung. Nein, hier gibt es zum Beispiel auch hier dann dieses Verwaltungsvermögen nicht. Was bedeutet in Deutschland, haben wir zum Beispiel dieses schädliche Verwaltungsvermögen, wo es diese Grenzen gibt mit diesen ganzen Tests, wo es dann heißt, okay, wenn ein bestimmtes schädliches Verwaltungsvermögen vorhanden ist, dann ist es kein Unternehmen mehr. Na, schon gewusst? Jetzt gibt es auch unsere Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel Kryptowährungen und Steuern. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Zum Beispiel auch bei Immobilienunternehmen. Da gibt es ja die hohe Grenze von knapp 300 Immobilien, dass es als Wohnbauunternehmen gilt. Das gibt es im Ausland nicht. Dort ist eine LLC, ein Business ist ein Business und solange es ein Business ist, ist es egal, wie das Business sein Geld erwirtschaftet. Das gilt wie gesagt an der Stelle in vielen Ländern. Ebenso auch natürlich Immobilienvermögen, teilweise vollkommen aus der erbschaftsteuerlichen Besteuerung herausgenommen. Hier ist es zum Beispiel so, dass in vielen Sichtweisen und vielen Gesetzen, die es im Ausland gibt, oftmals nur das rein liquide Vermögen herangezogen wird. Bedeutet im Großen und Ganzen eigentlich nur das Bargeld am Konto. Und das ist so, wo man sagt, naja, man will das Vermögen als solches nicht schädigen, aber das Bargeld, das soll im Großen und Ganzen hier an den Fiskus gehen. Und da gibt es Länder, wie gesagt, wo dann eben hier 50% vom Bargeld, von Aktienvermögen zum Beispiel eingezogen wird und der Rest bleibt dir. Das heißt, du könntest theoretisch 100 Millionen in einer Immobilie oder in mehreren Immobilien haben, die wären egal, aber zum Beispiel, was weiß ich, die 100.000 Euro am Konto werden dir eingezogen. Ebenso Steuerfreibeträge. Also ein Steuerfreibetrag, den ich zum Beispiel gelesen habe, ist zum Beispiel, dass Vermögen erst ab 12 Millionen US-Dollar versteuert werden muss. Das heißt, da sind wir im Vergleich mit unseren 500.000 Euro für Ehegarten oder zum Beispiel auch an der Stelle 400.000 Euro an die Kinder meilenweit davon entfernt. Zudem auch, wie gesagt, gibt es Länder, in denen zwar hier 89 oder 50% Erbschafts- und Schenkungssteuer gilt, aber nicht im engeren Familienkreis. Was bereut zum Beispiel an die Familie, also sprich Ehegarten oder direkten Nachkommen, ist zum Beispiel auch hier automatisch steuerfrei. Auch wenn es, wie gesagt, mehrere hundert Millionen wären. Ebenso natürlich Steuervergünstigungen, habe ich schon angesprochen, Unternehmen, hier natürlich Immobilien oder auch landwirtschaftliches Vermögen. Und das hat natürlich an der Stelle hier schon ein gewisses Geschmäckle. Was man aber ganz klar sagen muss, wenn du zudem natürlich über liquides Vermögen wie Kryptowährungen verfügst, dann sind zum Beispiel auch viele unserer Mandanten jetzt nach Österreich ausgewandt. Sprechen Deutsch, gut hier, sage ich mal, auch regional mit Deutschland verbunden. Und gleichzeitig musst du dort nur fünf Jahre bleiben und zahlst sogar auf mehrere hundert Millionen Kryptowährungen keine Erbschaft und Schenkungssteuer. Das heißt, hier auch für die erbschaftsteuerliche Situation ist es durchaus sinnvoll, sich mal international umzuschauen. Gerade wenn du vielleicht ein Unternehmen hast, wo man sagt, hey, an der Stelle, das ist vielleicht sinnvoll, hier das Land zu verlassen. Vielleicht heute eine kleine Wegzugsbesteuerung zu bezahlen, aber später das Vermögen zu, sage ich mal, schonen mit Blick auf eine Erbschaft und Schenkungssteuerliche Situation. Denn ganz klar ist das schon, im Ausland wird gerade, sage ich mal, sehr stark mit steuerlichen Vergünstigungen nicht nur der Erbschaft und Schenkungssteuer, sondern auch in den Ertragsstand um sich geworfen, wovon du profitieren kannst. Ach übrigens, auf steuernbekauf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1zu1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.